Mein Name ist Urs Meier. Ich bin Gründer und Inhaber von MD Meier Design GmbH und MD Art & Design in Zürich. Herzlich Willkommen. Wir bewegen die Bürowelten für 1 bis zu mehreren 100 Personen. 1988 als Einzelfirma gegründet haben wir uns ab dem Jahr 2000 ganz auf Bürodesign und Realisierung ausgerichtet. Unsere Kernkompetenz beinhaltet alles rund um den Büroarbeitsplatz. Von der Immobilien-Evaluation mit Machbarkeitsstudien über das Flächenmanagement, Bürolayout, Innenarchitektur und Umzugsmanagement bis zur Bauleitung, Controlling und Qualitätsmanagement. Für die Bank 2 Plus haben wir ein neues Kundenzentrum im Herzen von Zürich realisiert. Für die Tochter der ADUNA Gruppe des ECA Card Services haben wir ein neues Bürokonzept realisiert mit Open Lounges, Touchdowns, die von den Mitarbeitenden sehr geschätzt und viel benutzt werden. Beim Ferienanbieter Hotelplan haben wir 580 Mitarbeitende aus 5 Gebäuden in ein neues Domizil im Gladbruck zusammengezogen. Spezialzonen für Empfang und Kaffeeträfe gestaltet, sowie den ganzen Umzug für 85 Leute organisiert und durchgeführt. Bei all unseren Projekten legen wir besonders viel Wert auf Ergonomie, Farben und Pflanzen, damit sich die Mitarbeiter wohl fühlen. Ich möchte Ihnen gerne noch viel mehr von unserer Arbeit zeigen und Sie in die Ausstellung von MD Art & Design einladen. Bei MD Art & Design finden Sie Objekte und Skulpturen für private und geschäftliche Räume. Rüden Sie uns an oder schreiben Sie ein E-Mail. Wir freuen uns auf Sie. 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 Wir freuen uns auf Sie.